Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Ice Egg Webirth. Wir brauchen Polaroid Teile, wie es aussieht. In der letzten Folge haben wir die Darknessfall Challenge wieder nicht geschafft, aber ich habe jetzt keine Lust auf die. Und deswegen spielen wir mal mit Dizzy. Warum nicht? Und... Ja. Von der Seite sieht er richtig scheiße aus. Ich habe die selbst gemacht, ich bin cool. Okay. Ja. Sagt Hallo zu Dizzy. Das ist Dizzy. Hallo Dizzy. Ja. Und wenn wir spucken, das sieht doch alles okay aus. Aber wenn wir dann spucken, dann sind wir einfach... Ein Häschen! Ich wollte schon immer ein Hase sein. Rückwärts geht eigentlich noch, da sind wir aber auch ein Häschen. Und seitlich sieht das richtig schlimm aus. Guck mal. Die backen. Die Backen sind viel zu voll. Egal. Und da der Kopf so komisch nicht rund ist, so komisch oval, werden einige Items nicht auf unseren Kopf passen. Werdet ihr aber bestimmt noch sehen. Und einige Sachen werden sowieso noch nicht passen. Ganz viele Sachen wahrscheinlich. Aber ich fand das witzig. Ich habe mir zwar mit irgend so einer Anleitung aus dem Reddit versucht, mir einen Charakter zu erstellen. Und das hat einigermaßen funktioniert. Aber selbst... Ich habe den so scheiße gemacht und trotzdem hat das voll viel Zeit gekostet. Das ist echt krass. Also Respekt an alle Mod-Ersteller oder an die Ersteller, die hier immer irgendwelche spielbaren Charaktere machen. Das ist voll viel Arbeit. So, raus jetzt. Naja. Sind wir endlich mal ein Drache? Das ist doch schön. Ich bin mir auch sicher, dass der Dark Penny Cruiser zum Beispiel diesen Drachen viel besser machen könnte. Viel viel besser. Jeder kann das besser als ich. Aber ich wollte es auch mal ausprobieren. Und ich finde das toll. Es gibt auch noch Sachen, die habe ich gar nicht gesehen, die ich verändert hatte. Bin ich mal gespannt, wie die gleich aussehen. Auf jeden Fall sind wir... Shit. Ja, wir sind Shit. Auf jeden Fall sind wir Dizzy. Und wir wollen zu... Zu Isaac, genau. Zu Isaac wollen wir. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Wir haben schon wieder nicht so viele Leben, was nicht so geil ist. Ich bin auch irgendwie richtig schlecht mit Azazel. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie kann ich ihn nicht spielen. Alle anderen sagen immer, er ist voll OP und so. Und ich... Nee. Voll der Schwere. Der stirbt immer so schnell. Weil... Obwohl er natürlich eigentlich voll den Schaden hat. Und jetzt kann ich auch ich sagen. Obwohl ich eigentlich voll den Schaden habe. Im Kopf. Und so. Und ich wundere, wenn ich ab und zu so ein bisschen... Lutschgeräusche mache. Ich habe gerade einen Bonbon im Mund, weil... Ich wieder voll anfange zu husten und dann habe ich mir jetzt einfach mal einen Hustenbonbon geholt. Das sei mir erlaubt. Yay. So. Auf jeden Fall brauchen wir noch den goldenen Raum. Aua. Und da ist er. Hallo, goldenen Raum. Gibst du mir irgendeinen Schadensupgrade? Geil. Geil, geil, geil. Hatte ich noch nie. Bleach. Platzsucker. Aber habe ich bei Maudado gesehen. Maudi-di-dado. Mauda-di-dado-do. Das ist ein... Blut-Egel. Und wenn der Gegner tötet... Also der läuft immer den Gegner hinterher und wenn er dann Gegner tötet, dann kriege ich ein halbes Herz. Aber ich glaube nur ein halbes rotes Herz. Also brauchen wir auf jeden Fall noch ein Lebensupgrade, damit er uns hilfreich sein kann. Aber sobald wir das dann haben, sind wir quasi unbesiegbar. Ah, und Schaden macht er natürlich auch, genau. Sonst kann er ja auch nichts töten. Von der Seite sieht das so komisch aus. What the fuck? Und unser Kopf wird einfach riesig groß, wenn wir abschießen. Dann sind wir einfach ein kleiner Hase. Ja, ja. Das ist alles schön. So ein kleiner Hase zu sein hat auch was. Ah, hier waren wir schon. Aber da war glaube ich noch ein blauer Stein irgendwo nicht. Warte, warte. Bevor ich da jetzt nach einem Geheimraum suche, gucke ich lieber nochmal, ob hier irgendwo ein blauer Stein war. Nicht? Doch, da, gut. Habe ich mir das doch nicht eingebildet. So. Gut, mehr können wir sowieso nicht machen, außer sie Full einsetzen. Aber damit kommen wir ja sowieso nur in den Startraum. Also brauchen wir... Nein, hier ist noch ein blauer Stein! Okay, komm, wir gehen in den Shop und hoffen, dass da eine Bombe drin ist. Sechs Münzen haben wir immerhin. Also eine Bombe können wir uns auf jeden Fall leisten. Und, yay! Können wir sogar noch eine Münze spenden, so nett wie wir sind. So. Haben wir auch was gespendet, das ist doch schön. Komm, mein kleiner Blutegel! Drache und Blutegel vereint! Sehr schön! Ach, wir waren noch nicht mal... Oh, da hätte ich vielleicht erstmal aufladen sollen. Und ich habe oben die Bossanzeige verändert, aber die ist irgendwie gar nicht so cool, wie ich dachte. Ich dachte, die wäre cooler. Hä, die ist ja saudunkel. Das soll so ein Weltraum darstellen. Cube of me, you! Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich den Zwischenbildschirm noch überhaupt nicht gesehen. Ich habe da einfach... Ich hatte keine Lust mehr sowas zu machen. Und dann habe ich einfach ein Bild eingefügt. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja! Wie geil ist das denn bitte? Wackelt einfach ohne Zahn raus. Ja, gut. Das ist doch richtig cool. Man kann einfach Bilder einfügen. Und dann wackeln die da rum. Oh, das ist alles schön. Okay. Wie geil ist das bitte? Hä? Dann hätte ich bestimmt auch einfach den Kopf einfügen können für ohne Zahn. Dann wäre das zwar nicht so pixelig, aber... Hätte ich da so einen HD Kopf drin. Oh. Okay. Was nehmen wir mit? Wir nehmen... Spidey Scoot an sich. Ih, guck mal. Die Hand bewegt sich da unten. Ih, du bist eine eklige Hand. Okay, wir nehmen mit. Eins von beiden will ich auf jeden Fall mitnehmen. The Mark macht einen stärker. Und das ist halt ein Katzen-Item. Und gibt uns Fliegen. Die auch nochmal Schaden machen. Aber ich glaube, sie mag... Drei blaue He... Ah, komm. Wir nehmen sie Mark mit. Ein bisschen Damage ab. Pow! Hi! Oh! Oh! Okay, wie viel Schaden machen wir denn jetzt? Zwei mehr als eben? Eben hatten wir glaube ich nur drei Schaden. Jetzt haben wir fünf. Oh! So, können wir auch mitnehmen. Bringt das überhaupt was mit unserem... Das bringt ja wirklich was mit dem Whimston. Also nicht wirklich, aber... Sieht auf jeden Fall witzig aus. Der Whimston geht natürlich trotzdem nur nach vorne. An sich, aber... Naja. Hallo. So, jetzt guck... Ne, wir kriegen nix. Kein Leben für uns, aber... Immerhin Monstrous Zahn. Ist ja... Auch was. Auf jeden Fall. Bevor wir die Truhe da sprengen... Ah, egal. Wir sprengen sie einfach. Wir kriegen sogar ne Bombe wieder. Na siehste mal. Ja siehste mal. Achso, das ist übrigens auch der Grund, warum die Folge jetzt heute wieder so spät kommt. Weil ich eben den... Skin gemacht hab. Okay, der Mark passt noch so ein bisschen. Von der Seite schon nicht mehr. Aber es liegt ja daran, dass der Kopf so ein bisschen... Kleiner ist. Als der normale Eis-Eck-Kopf. Der ist ja rund. Und unser ist jetzt so... Ovalen-mäßig halt. Jaja. Sollte man vielleicht nicht machen. Es sei denn, dann passt auch alle Items dann dafür an. Aber dafür... Darauf hab ich nicht wirklich Lust. Dann kommen wir jetzt mal zu Zahn ein. Pow! Weil hier ne Batterie ist. So... Money! Meins! Und jetzt sind endlich Ferien! Juhu! Bald ist Weihnachten! Und bald ist mein Geburtstag! Und... Und alles dull! Und dann gibt's Friede, Freude, Eierkuchen. Ich mag Eierkuchen. Ähm... Hmhm... Hmhm... Gut, wir nehmen das mit und die Bombe nehmen wir auch mit. Und den Rest können wir spenden. Yay! Jetzt sind wir bei 245. Ich glaub jetzt... Ne, 250 hatten wir schon mal, oder? Ich glaub schon. Und dann haben wir den wieder ausgebeutet. Weil wir so ein fieser Typ sind. So ein fieser Drache. Ich find das sieht so witzig aus, wie wir... Wie ich immer so zum Hasen werde, wenn ich... Gerade ausschieße. Das ist voll übertrieben. Ich... Ich werd den auf jeden Fall noch überarbeiten. Ich weiß noch nicht wann. Oder Darkwennikuso meldet sich, dass er das... Dass er ein Skin für mich machen möchte. Das wär auch... Wahrscheinlich noch besser. Aber... Das dauert natürlich. Und der muss ja auch Lust dazu haben. So, HP... Oh, wir haben endlich ein HP ab. Aber nice. Das können wir uns jetzt eigentlich kaufen, aber... Nee, wir warten mal zur Zahn. Ja. So, der Super-Geheimraum kann... ...gar nicht an so vielen Stellen sein. Wahrscheinlich da. Genau. Oho! Noch ein Lebens-Upgrade. Gut, dass wir nachgeguckt haben. Warte. Wir haben... Noch eine Bombe. Da kann der Geheimraum nicht sein. Dann wird er... Nee, der auch nicht. Äh... Achso, dann ist er wahrscheinlich da hinten. Nee, gut. Dann behalten wir uns auch eine Bombe. Der normale Super-Geheimraum ist eh nicht so toll. Äh, der normale Geheimraum natürlich. Sure. Und dann... Guckt mal, der wollte schon vor uns da rein, der Blut-Egel. Aber wir müssen mitkommen. Das sieht so witzig aus. Yay. Da wackelt er einfach blöd rum. Aber ich habe Ähnlichkeit zu dem, oder? Wenigstens so ein bisschen von vorne. Wenigstens hat er Asa-See immerhin schon Flügel, dann musste ich die wenigstens nicht noch machen. Hilfe! Oh nein. Okay, das langt mir. Ersterbt! Okay, da hat noch jemand gefurzt gehabt. Hä? Warum hat da jemand gefurzt? Egal. Die können wir rein. Das war, glaube ich, gut, weil da eine Bombe drin war. Lass mich durch, ich muss zu Isai kommen. Obwohl, wir haben ja jetzt das Negativ. Und wenn wir jetzt Satan besiegen würden, dann würden wir noch eine Etage weiter runter können. Wäre auch eine Überlegung wert, an sich. Aber erstmal sammeln wir hier ganz viele Herzen ein. Und die Karte hätte ich auch gern. Mal gucken, ob wir noch genug Geld dafür kriegen. Au. Aua! Ach, Mann. Das wäre nicht gut. So. Hallo, Gerti. Guck mal, ich habe einen Zahn. Nein! Ich hätte erst die Typen töten. Egal. Bringt dir nichts, Gerti. Bringt dir überhaupt nichts. Tut mir echt leid für dich. Unser Blutegel bringt uns leider überhaupt nichts. Das ist echt schade, weil wir so viele blaue und rote Herzen... Haben. Warte. Warte, warte, warte. Macht das was? Wenn wir die einsammeln? Verändert das irgendwas? Ich glaube nicht. Aber das. Der packt. Ah, YOLO. Tears up, Damage up. Laden wir auch noch schneller auf. Das ist auch immer schön. Zweifel... Hä? Okay, Damage up zeigt aber nicht an. Schade. Aber wir brauchen noch ein bisschen Geld. Das holen wir uns noch. So, guck. Da haben wir schon mal zwei Münzen. Sonst müssen wir halt wieder den Automaten sprengen. Aber das nur als letzte Möglichkeit. Was ist... Nein, nein, nein. Nehmen wir nicht mit. Will ich nicht mitnehmen. Gib mir das wieder. Das Gesicht ist auch irgendwie so ein bisschen... Verwaschen. Verschwommen. Aber ich habe es nicht besser hinbekommen. Tut mir leid. Ich bin halt nicht so der Pixel-Typ. Und ein Künstler bin ich erst recht nicht. Das kann der Dark Fennikur so besser. So... Oh... Daddys Long Legs. Nett. Den mag ich. Der ist cool. Der hat das dritte Mal alle Feinde. Oh, haben wir einen Curse of the Maze? Scheinbar. Okay. Hab ich gar nicht mitbekommen. Yay, Daddy. Du bist auch da. Dabei hat er damals gemeint. Er holt Zigaretten. Und dann kam er nie wieder. Aber jetzt ist er wieder da. Als Spinn-Typen-Typ. Typen-Typ. Typidi-Typi-Typ-Typ-Typ. So, Daddy. Das machst du. Dankeschön. Daddy, das machst du. Hab ich gesagt. Danke. Okay, das war's nicht Daddy. Egal. Okay, das war's nicht Daddy. Wolltest du... Okay. Wir haben einfach fast volle Leben. Und wir brauchen aber trotzdem noch sechs Münzen. Schade. Ähm... Vielleicht... Nö, ich hab keine Ahnung, wo der ist. Der Geheimraum. Aber vielleicht ist da der super Geheimraum. Aha. 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 Gut, das ist bestimmt dumm, dass ich jetzt mein ganzes Geld hier dran verschwende. Aber... Gut. Das war echt dumm. Jetzt haben wir nicht mehr mehr Bomben, um das Ding aufzusprengen. Ja... Ähm... Dann gehen wir halt weiter runter und haben keine Bomben mehr. Mäh. Ah, das ist so schön. Diese Zwischenfrequenz ist so schön. Ich find sie schön. Ich find sie schön. Ah. Oh, oh. Ne, ne. Lass mich in Ruhe. Ich mag euch nicht. Aber immerhin sind wir richtig, richtig stark. Vielleicht ist Azazel ja doch unsterblich. Nein, nicht unsterblich, aber stark. Overpowered. Gut möglich. Gut möglich. Die Robe. Wir spenden. Damit wir hier bei 250 sind. Ach. 250 ist doch eine schöne Zahl. Da steckt nämlich eine 5 drin. Und die 5 ist eine sehr, sehr schöne Zahl. Was bist du? Weiß man noch nicht, Puberty. Okay. Nein, wir haben schon wieder einen Curse. Wir können unser Leben nicht sehen. Oh nein. Nein. Dabei hatten wir ja nur 11 oder sowas. Da muss ich ja jetzt echt aufpassen. Hallo Husk. Tschüss Husk. Alles tritt auf ihn ein. Armer Husk. Okay, wir können noch schneller aufladen. Und. Wir bekommen den Dark Bump zum einen. Die Robe. Was war die Robe nochmal? Die war glaube ich gut. Aber was hat sie gemacht? Ja, guck mal hier. Die Zahnstocher machen die Augen auch anders. Aber von der Seite sieht man. Unsere alten Augen noch. Gut. Gut, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Ich will auf jeden Fall irgendwas mitnehmen. Wir nehmen Dark Bump mit. Und das Ding. Aber wir haben keine Leben mehr. Okay, dann nicht das Ding. Guck, jetzt haben wir einen Dark Bump. Der kann jetzt alle Herzen für uns einsammeln. Und gibt uns dafür blaue Herzen. Hier unten ist auch noch eins. Kannst du alle haben. Sind alle für dich. Was? Er hat auch erst drei Herzen eingesammelt. Wieso gibt er uns zwei Dinger? Merkwürdig. Hoffentlich gehen alle kaputt. Danke. Okay. Können wir aber glaube ich nicht verwenden. Wir haben das Scubby Item nicht mitgenommen. Wir... Das wäre unser drittes Scubby Item jetzt gewesen. Schade. Schade, schade Schokolade. Macht aber nichts. Wir hätten auch mit zur Folie rausgehen können. Das fällt mir jetzt erst auf. Dann hätten wir ja keinen Schaden bekommen. Egal. Wir haben ja eh fast volle Leben. Jetzt nicht mehr. Hi. Was? Wir waren noch nicht im goldenen Raum? Das wusste ich natürlich. Nur deswegen bin ich zurückgekommen. Und wir kriegen... Hm... 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 Remote Control? Nee. Doktor's Remote. Ah. Cool. Wir nehmen den Zahn mit. Der Zahn ist besser. Hm... 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 Da 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 da. Da 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 da. Und habt ihr schon alle Geschenke für Weihnachten oder kauft ihr überhaupt keine Geschenke? Beschenkt ihr euch etwa nicht? Kriegt ihr Geschenke, aber kauft keine für andere? Habt ihr vielleicht gar kein Geld für Geschenke? Macht ihr... Bastelt ihr irgendwas? Oder malt ihr irgendwas? Dann kommt man natürlich am billigsten davon? WTF? Macht man ja so als Kind. Dann malt man dann einfach irgendwas und dann ist alles dull. Und selber bekommt man dann eine Wii oder sowas. Ist auf jeden Fall ein cooles Tauschverhältnis. Ein gezeichnetes Bild gegen eine Wii. Hm... Ja. Und hier gibt's gar nichts mehr. Okay. Dann... Können wir... Rüber gehen. Rüber gehen. Wir haben leider keine Bombe, sonst würde ich nach einem Geheimraum suchen. Was ist das denn für eine komische Ebene? Sieht da richtig strange aus. Egal. Soll uns ja nicht stören. Wir sind schließlich... Dizzy. Voll ungewohnt. So, okay. Wackel, wackel. Wackel, wackel. Tschupu, 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 tschupu. Oh, wir haben die ganze Zeit Curses. Ganze Zeit. Das kann doch nicht sein. Das ist doch gemein. Alles wird ein. Macht euch ganz klein. Ihr müsst die Sonne befreien. Jetzt hilft nur noch schreien. Groß ist die Sonne. Warm und hell ihr Schein. Keiner könnte ohne Sonne sein. Die Sonne ist weg. Es wird kalt. Eine, 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 Mac. Und... Halt. Das ist doch gemein. Alles wird ein. Macht euch ganz klein. Ihr müsst die Sonne befreien. Jetzt hilft nur noch Schrei. Oh mein Gott. Das habe ich damals in der Grundschule gelernt und kann es einfach immer noch. Ja. Die Grundschule. Die verblödet einen. Ich weiß auch noch richtig viele Gedichte, die wir damals auswendig lernen mussten. Aber die sage ich jetzt nicht auf. Die wollt ihr bestimmt auch gar nicht hören. Blöde Gedichte. Ich will hier gerade schon wieder viel zu viele leben. Aber ich kriege auch immer wieder welche, den netten kleinen Darkbam. Immer an unserer Seite. Den Darkbam will ich nicht missen. Oh ja stimmt, ich musste den Darkbam austauschen, damit ich jetzt als Drache hier spielen kann. Das heißt, wir haben jetzt keinen Darkbam mehr. Oh nein. Oh nein. Okay, wo ist noch? Da oben. Hallo. Schlüssel. Wir haben ganz schön viele Schlüssel. Wir brauchen eigentlich keine Schlüssel im Spiel. Wir bräuchten ein paar Bomben. Oder weitere Leben. Danke. Puberty. Ich bin übrigens immer noch so fool. Sollte ich vielleicht irgendwann mal einsetzen. Wäre glaube ich schon eine ganz gute Idee. Und hält's ab. Okay. Oh nein, jetzt können wir wieder rote Herzen einsammeln. Aber können natürlich auch ein Deal mit einem Teufel eingehen. Ist ja auch nicht so schlecht. Ach und der kann uns heilen, wenn er will. Unser. Blutegel. Theoretisch könnte er uns jetzt heilen. Heil uns. Heil. Heil uns. Go go. Okay, dann sollte ich ihn vielleicht auch mal ein paar Leute lassen. Da. Da ist was für dich. Einfach töten. Nam 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 nam. Nein du musst die. Immer diese Blutegel. Wissen nicht, was sie zu tun haben. Waren wir schon im goldenen Raum? Waren wir schon im Shop? Waren wir schon im Shop? Brauchen wir noch zwei Münzen? Äh. Hallo. Goldener Raum. Von da kommen wir, oder? Ja. Okay, aber hier rechts waren wir noch nicht. Goldener Raum und eine Münze. Hier waren wir überall schon. Hier war der Anfangsraum, glaube ich. Hier waren wir, glaube ich, überall schon. Genau. Da hatten wir irgendwas gefunden. Ach, hier ist der goldenen Raum. Da waren wir also doch schon drin. Was hatten wir denn da gefunden? Ah, das Sparschwein, oder? Ach, keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall wieder zum Boss zurück. Wo auch immer der ist. Und ich glaube, es ist Marm. Necropolis 1. Das ist Necropolis 1 Marm. Ist das die 5 oder die 6? Oh Gott. Kein Plan. Na komm, einmal laufen wir gegen. Einmal können wir dagegen laufen. Dann haben wir auch noch Geld bekommen, weil wir das Sparschwein haben. Ganz vergessen. Wir kriegen Geld, wenn wir getroffen werden. Yay. Hallo Piep. Mal 2. Guck mal, ich hab was für dich. Okay, wir gehen als erstes auf den Rechten. Der hat schon Leben verloren. Geht weg, ihr Augen. Oh Gott, ich hasse diese Augen. Au. So. Erster weg. Zweiter. Folgt. Zugleich. Und noch ein HP ab. Ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Ja, ist alles gut. Jetzt sind wir in der Marm Ebene. Und Marm is da hinten. Da unten rechts. Richtig weit weg. Yay, volle Leben für uns. Ah, das ist eine Fliege. Stöp an unser Puberty. Denn die Pubertät kann keine aushalten. Justice. Blaues Herz. Wie schnell das geht. In dem einen Moment hast du einfach gar kein Leben mehr. Und in einem Moment hast du einfach wieder volle Leben. Das ist richtig strange. Schau. Beim nächsten Stachelraum setzen wir endlich mal so full ein. Ich verspreche's Leute, ich verspreche's. Oh, da kommen wir nicht rein. Wir haben ein Leben zu viel. Wir haben ein Leben zu viel. Ich will jetzt eine Blood Donation. Ja gut, das Pflaster geht einfach über unser Auge rüber. Warum nicht? Aber an sich haben wir jetzt doch nicht wirklich was gefunden, was nicht irgendwie grafisch nicht darzustellen wird. Doch die Haare. Von Puberty. Die sehen ein bisschen komisch aus. Und da haben wir auch meine Blood Donation Maschine. Können wir einfach zweimal gegenlaufen. Sehr schön. Kriegen sogar noch Boards of Steel. Steal. Und Lockdown. Ist uns egal. Ist uns relativ egal. Ist uns relativ egal. Wenn ich ehrlich sein soll. Und wir kriegen eine Batterie. Eine Batterie. Eine Batterie. Eine Batterie. Kaufen wir. Quicker Charge. Das war glaube ich die Batterie, dass unser Space Item dann immer schon aufgeladen ist, sobald man das einsetzt, oder? Oder? Quarker Charge. Wuhu. Bringt der dabei so einen Mini-Bimsen schon mal überhaupt nichts. Hat doch vierfachen Schaden natürlich. Oh, aber jetzt laden wir auch wieder länger auf. Das ist schade. In den Dinger können ja auch immer mal was drin sein. Äh. Aber wir laden ja nicht viermal so lange auf. Also ist das okay. Das ist okay. Und dafür machen wir vierfachen Schaden. Heute nicht. Nicht. Okay, die Augen passen auch nicht auf uns drauf. Von der Seite sieht das einfach so aus, als wenn wir eine Brille auf hätten. Ja, gut. Muss noch optimiert werden, der Skin. Ich sehe es ja ein. Okay, das nervt mich aber gerade ein bisschen, dass ich so lange aufladen muss, ehrlich gesagt. Okay, aber wenn wir dadurch einfach Little Gertie mit einem Schuss tooten, ist mir das auch egal. So. Two of Spades. Mal Schlüssel verdoppeln. Gut. Dann. Ach ne. Ah. Wir haben das auch erleben. Wir können doch nicht mehr in den Geheim- äh in den. Ding ins Raum. In den Ding ins Raum. Ja. In den Challenge Raum. Oh. Oh. Die Fork. Ja, cool. Würde uns Leben geben. Brauchen wir also nicht. Also rote, rote Herzen. Dass mehr rote Herzen droppen, war das? Und wir machen einfach Two-Hitten-Mom. Okay. Komm raus. Ich weiß, dass du da bist. Gut. Wir haben auf jeden Fall den Schaden. Wir können fliegen und haben den Schaden. Und kriegen Book of Sin. Jetzt haben wir nicht mehr unseren Zahn eingesetzt. Aber wenn wir so übelst lange aufladen. Das ist nicht so schön. Na ja. So, da wir jetzt das Negativ mitgenommen haben, werden wir wahrscheinlich den Weg des Teufels gehen, oder? Dann können wir mal eine Etage weiter runter. Und wir haben eigentlich so viel Schaden. Und dann... Oh. Mann, ich muss den so lange aufladen. Voll ungewohnt. Blöder Strahl. Okay, bevor ich in einen neuen Raum gehe, werde ich jetzt meinen Strahl immer aufladen. Das ist bestimmt besser. Bin ich ganz alleine drauf gekommen. So, aufgeladen ist er. Power! Power! Also genug Schaden machen wir auf jeden Fall. Ist halt nur schade, dass wir so lange aufladen müssen. So, ein Gegner war da noch. Habe ich genau gesehen. Okay. Okay. Unnötiger Raum. Boards of Steel. Ne, Puberti. Puberti. Was wollen wir mit Puberti? Jetzt sind wir schon dreimal in der Pubertät und sind immer noch nicht draußen. Armer kleiner Dizzy. So. Das ist so lächerlich. Wie viel Schaden wir machen. Nochmal so... Okay, wir haben zweimal so full dabei. Alter. Das ist irgendwie krass. Aber wir haben ja sogar den Kompass. Wir können eigentlich sofort gucken, wo der... Wo der Boss ist. Das wäre gerade fast das erste Mal gewesen, dass mir so ein Scheißhaufen Schaden gemacht hätte. Die haben hier glaube ich noch nie, noch nie Schaden gemacht in diesem Spiel. So, wo ist denn jetzt der Boss? Was? Da drüben ist noch ein Challenge Raum. Wieso gehe ich denn dann da hin? Wo ist denn der Boss? Ach, das ist ein Doppelboss. Und wir haben das Scheißhaufen Twinkle. Das heißt, wir werden hier mal die ganzen Scheißhaufen kaputt machen. Denn die Chance, dass das drin ist, ist ziemlich, ziemlich groß. Auch wenn es nur Geld ist. Was wir an sich nicht brauchen. Guck, haben wir schon mal ein blaues Herz uns geschnort. Schnort. Hoffentlich ist das der Weg zum Boss. Sonst wäre das ein bisschen schade. Und es ist der Weg zum Boss. Das ist schön. Oh Gott, so viel... So viele von den Mistviechern. Okay. Aua. Ich kann meinen Strahl nicht so schnell aufladen. Hilfe! Gut, lebt noch einer? Da oben. Wow, okay, dann haben wir ziemlich viele Leben verloren. Das hätte nicht sein müssen. Das ist voll doof. Immer kurz vor Ende kommt so ein Raum, wo ich dann einfach richtig viele Leben verliere. Da hat unser Cube of Meat mal unser Leben gerettet. Nett, der Cube of Meat. Lad deinen Strahl auf, Dizzy. Lad deinen Strahl auf. Gut, Doppelboss. Hallo Skullex. Ach, wir sind in der XL Ebene. Au. So. Okay, immerhin Regeneration und HP ab. Aber so viele Leben haben wir wirklich nicht mehr. Und wir sind bei Hitlifts. Gut, komm in die Mitte. Au. Oh. Ok, wir machen aber so viel Schaden. Krass. Ohoho. Einfach sweet. Okay, warum nicht. Warum nicht. So, gehen wir zu Isaac oder gehen wir zum Teufel. Wir gehen zu Isaac. Komm. Komm, gehen wir zu Isaac. Obwohl haben wir Isaac mit Azazel nicht schon besiegt. Weiß ich grad gar nicht. Das nehmen wir mit. Und vor euch verstecken wir uns einfach. Speed up. Was? Die haben so viele Leben? Wow. Okay, nicht cool. Hoffentlich kriegen wir noch eine Card against Humanity. Achso, das war nur der Schatten von Papi. Haben mich grad ein bisschen erschrocken. Und ich hoffe, dass wir vielleicht noch eine Arcade haben irgendwo. Nein. Keine Arcade für uns. Schade. Und nur noch zwei Leben für uns. Ah, wir sollten, wir lassen einfach unseren kleinen Freund hier die Arbeit erledigen. Ah ja, hier passt das doch gut. Unser kleiner Freund macht das. Irgendwann. Oder? Oder Daddy macht das. Auch möglich. Verdammt. Verdammt. Der macht so wenig Schaden, unser kleiner Freund. Oh. Ah, die können hier rüberfliegen. Au. Wieso ist der jetzt so schnell gestorben? Und wieso ist der jetzt so schnell... Oh. Gut, das nehmen wir doch mal mit. Das nehmen wir mit. Das ist gut. Okay, One-Shot einfach Loki. Kein Problem für uns. Loki, wer ist Loki? Kann der was? Strength. Strength ist natürlich gut. Wir können endlich diese Fool-Karte einsetzen. Ja! Oh. Oh. Wie viele Katzen-Items haben wir? Eins, ne? Wir hatten nur ein einziges. Ne. Nehmen wir nicht mit. Da ich denke, das wäre unser Tod. Wenn wir nur ein Leben haben. Selbst wenn wir noch ein blaues, weiteres Leben haben, aber... Wir brauchen unsere Leben gerade. Jedes einzelne. Wo war der Boss? Da links. Okay. Haben noch einen kleinen Weg vor uns. Jetzt bloß keine Leben mehr verlieren, wollte ich sagen. Und dann verliere ich natürlich Leben. Der Gluten-Toni. Der gute Alte. Gut. Den kannst du alle haben und gibst du uns dafür... Danke. Blaue Herzen. Noch eins? Ne. Aber warum hat er uns vorhin bei drei Herzen... Bei drei roten Herzen hat er uns zwei blaue Herzen gegeben. Und eigentlich gibt er ja nur bei jedem zweiten roten Herz ein blaues Herz. Deswegen ist das ein bisschen merkwürdig. Wir sollten nochmal nach dem Super... äh, nach dem Geheimraum suchen. Gut. Wir verstecken uns natürlich. Schlau wie wir sind und lassen uns trotzdem treffen, weil da einer einfach explodiert ist. Bad Trip. Hm, Bad Trip kann uns auch helfen. Aber Stärke... auch. Auf jeden Fall so ein bisschen. Das ist ja die Ebene, wo wir noch nicht bei Isaacs sind, oder? Ne. Ich glaube, die kommt erst noch. Hm. Gut. Die sollten alle kein Problem sein. Die sterben ja alle doch recht schnell. Wenn ich einen ganzen Strahle auf die Zimmer, dann sind sie tot. Yay, Mr. Boom. Mr. Mega. Blast Damage. Hat gar nichts an unseren Aussehen verändert. Oder zappeln wir rum? Gar nichts hat das verändert. Dann... können wir an sich... Shit. Warum kommt hier noch so ein Explosionsding? Kann Daddy den töten? Ich will den nicht töten. Danke. So. Gut, wir gehen mit der Stärkekarte zum Boss. Wir sind doch schon bei... Oh nein. Nicht cool. Dann hätte ich lieber die andere Karte mitgenommen. In die Ecke stellen. Äh. In die Ecke stellen. Okay, Isaac ist... recht einfach. Aber wir machen auch guten Schaden. Satanic Bible haben wir bekommen. Und da ich Angst habe, dass es jetzt hier nach weiter geht, sammle ich erstmal noch mal die Karte ein. Aber wahrscheinlich... geht es jetzt nicht mehr weiter, oder? Ja, das Bad Trip war das. Aha. Weil wir haben ja nur das Negativ mitgenommen und das wäre nur... Wir wären nur weitergekommen, wenn wir jetzt das Polaroid hätten, glaube ich. Genau. Okay. Jo. The Satanic Bible. Freigeschaltet. Wir haben endlich was freigeschaltet und unser zweites... Polaroid-Stück. Wie viele braucht man? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das ist doch schön. Und wir haben mal als Dizzy gespielt. Auch cool. Ja, ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, der kleine Dizzy. Aber passt schon. Gut, was wir beim nächsten Mal machen, weiß ich nicht. Ab heute habe ich ja frei. Das heißt, ich kann ausschlafen und alles. Das ist schön. Das ist richtig schön. Jo, dann... bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr den... den Skin findet, den ich mir da gemacht habe. Ich weiß, er ist nicht... nicht so toll, aber er ist trotzdem... ein bisschen toll. Ich habe ihn immerhin selbst gemacht. Also beleidigt mich nicht so doll. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Gut. Dann... bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Hau da rein. Und... Tschö, tschö.